Ob das am Upload liegt oder am Programm, ich weiß es nicht. Wie das bloß kommt, das verstehe ich nicht, aber es nervt, Aure macht das kaputt, Aure ist gerade AFK glaube ich, er hat zum Mikro gemutet, wie du es selbst siehst, und Fumas, ja Fuma hat gemeint, du hast, weiß ich nicht Pizza, und ich denke, du hast eine Ananas-Champion-Pizza mit Büffelkäse. So, das haben wir alles. Morgen! Was ist Zeist da? Stimmt das? Neuladen. So, wir wollen, dass der Kuhstel bald fertig wird. Schneller! Wie geht's, wie steht's? Es heißt, wie geht's dir? Gut geschlafen? Auch schon wach? Wie spät haben wir es jetzt? Zwei Uhr. Beide Mühe, in die Mine müssten wir auch bald mal wieder. In die Mine! Das Beste ist, ich erfülle die Quest und hole dann die Pelune nicht ab, weil ich drauf vergiss. Ja, das ist super. Schauen wir, wie viel Holz wir jetzt gesammelt haben. Genug auf jeden Fall, das ist gut. Dann gehen wir das abgeben. Okay, wieso steht hier nur ein Zuschauer dann? Ja, ein Zuschauer. In Wirklichkeit ist so viel los hier. Wahnsinn! Komisch, ein Apfelviecher. Apfelmänner. Oder was auch immer. So. Ne, das haben wir nicht. Äh. Bin ich verwirrt? Jo, bei mir steht jetzt auch 13. Wo war denn das Holz zum Abgeben? Schon wieder vergessen. Das habe ich auch nicht kapiert. Kaffeebohnen gefunden. Ja, habe ich auch eine. Ah, hier war's. Juhu. Juhu. Bundle complete. Wieder mal. Herr mit der Belohnung. Aha. Alles klar. Spielt ihr jetzt schon weiter, oder was? 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 Spielt ihr jetzt schon unüppig, oder was? Ja klar, wenn du nicht kommst, ne. Spiel mal ohne dich. Ja, ich habe gedacht, ihr wart noch essen. Nö. Ich weiß nicht, Aure ist AFK, und ich spiele Studio Valley. Also, keine Ahnung, wenn keiner was sagt. Ja, wie gesagt, wenn er kommt, dann loge ich schon um. Hm. Außerdem habe ich gerade viele Zuschauer im Stream. Ich weiß nicht, ob die Lust haben, wenn ich an Epic zocke, das zuzuschauen. Ich kann ja nicht meine ganzen Zuschauer vergrauen, wenn ich dann an Epic-Spielen anfange. Ah, 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 hier ist ein Wurm. Den machen wir nieder. Nimm das. Schau. Nach einem dritten Versuch habe ich es geschafft. Alles klar. Sonst können wir heute am Abend, wenn ich wieder von der Schule nach Hause komme, können wir dann an Epic zocken, Martin, wenn du möchtest. Ja, könnte man machen. Hm. Hm. Hier geht nichts weiter. Ich werde noch ein paar Holz sammeln. Wir brauchen mehr Holz. An Epic. Das ist ein cooles Game. Mir gefällt das sehr gut. Kann man im Koop zocken, hat ungefähr so ein Grafiken-Niveau. Und ist echt lustig. Geht halt viel um Sterben. Bist du schon nicht Herbst? Nö. Ich bin jetzt bei 24. Herbst oder was? Wo steht dein Name? Wie Sweetie. Nee, nee, nicht Herbst. Sommer. Ah, okay. Wo steht dein Name? So. Ich bin so energielos. Jetzt gehen wir wieder. Also, dam dam, falls du heute am Abend Zeit hast. Musst reinschauen. An Epic. Richtig lustig. Gestern am Abend bin ich, glaube ich, gefühlte 24 oder sogar wirklich 24 mal gestorben hier. Fuma war meistens schuld. Er hat mich in die Falle tabern lassen. Nö. Lach nöt. Du hast dich immer weit weggestellt und dann ist die Falle da runtergekommen. Das ist echt gemeingwesen. Ich lese den Questtext und dann fallen Steine auf mich runter. Oder du hüpfst dem Lift nach und fällst dann in die Zacken. Hm. Echt fies. Du warst schuld. Aber das tut es allen passiert. Ja. Damit sieht man sich vielleicht heute am Abend nochmal. Beim Amp-Epic-Zocken. Kostet ihr nicht viel? Das ist, glaube ich, nur ein Euro das Game. Ist aber ganz lustig. Nein, jetzt kostet es wieder 5 Euro. Achso, okay. Aber so viel Geld würde ich nicht ausgeben. Auri hat sowieso, glaube ich, nur 3 Euro oder was gezahlt, hat er gesagt. So, wie schauen wir da aus? Jetzt habe ich das überlesen. Uh, morgen gibt es wieder Blitz und Donner. Ja, Fuma ist böse. Da gebe ich dir vollkommen recht. Na, ich habe jetzt auch 4 Tage nacheinander nur Regen gehabt. Ne, sehr schön. Du brauchst nix gießen. Schade, dass ich noch keinen Blitzerblätter habe. Ja. Es heißt da, das ist gut. Zähle das nur auf. 14 Zuschauer momentan. Für mich steht 12. Keine Ahnung. Jeder in der anderen Zahl oder was? Wir waren schon auf 17 herum. Jetzt verlassen mich langsam die Zuschauer. Ach, ich bin so traurig. Wir haben ja wieder Post. Was machen wir damit? Warum erzählt das mir? Gott sei Dank habe ich gerade, äh, ich war hier gefahren. Dann bringen wir die. Jetzt komme ich bald wieder zu dem Label mit dem Monster. Hm. Hm. Das ist ein Benis im Brötchen auf dem Tisch. Also, ich sehe da echt keinen Zusammenhang, ne? Naja. Ah. Jetzt hol mal Tamtam. Nein. Wir werden keine Eier gegessen hier. Kannst du das Eier ja auch zu einem Huhn machen? In, in der nächsten Stufe vom Stall, ja. Dann kannst du ne Brut, dann gibt's ne Brutstation. In der ersten Stufe noch nicht. Ja. Wenn mir jetzt noch einfallen würde, wie das Assassin's Creed Schiff geheißen hat, dann würde ich das jetzt so benennen. Aber fällt mir gerade nicht ein. Das ist, aber ja, es ist ein Schiff. Nein. Boah. Na gut. Scheiße, ich die Tür nicht verpacken kann. Ich will jetzt meine, meine Kuh, ich will jetzt Tamtam haben. Miniboot. Das ist ein großes Schiff. Weiß wie, die kennst du nicht den Unterschied zwischen einem Schiff und einem Boot? Ja, ich will dich haben jetzt. Die sollen hier aufmachen. Äh, es ist eh schon offen. Also, schnell hin hier. Also, mein Sweetie, gut aufgepasst. Ein Boot passt auf ein Schiff, aber ein Schiff passt nicht auf ein Boot. Ja. Ja, es ist wahrscheinlich random. Keine Ahnung. So. Hau dir. Hau dir selber. Heizung. Schere. Das nehmen wir mal. Ich glaube, das brauchen wir ja. Es war aber teuer. Ja. So. Aber was ich jetzt sehe. Wir könnten schon die zweite Kuh kaufen. Das werden wir auch gleich machen, ne? Ja, man müsste auch bedenken, dass du ein bisschen Geld zurückhältst für die Herbstzahmen wieder. Ja. Ich bin mehr für Tiere als für Samen. Oh. Dum-Dum. Hast du das zweite genommen, oder was? Also, das für bessere Samen. Nee. Also, du hast das mit Tieren genommen, praktisch. Okay. Was kostet denn so eine Heizung? 2000. Uh. Alles klar. Ja. Zuerst die zweite Kuh. Und dann die Heizung. So. Gehen wir gleich mal schauen. Bei Harvest Moon hast du müssen die Kuh jeden Tag striegeln, ne? mit so einer Bürste abbürsten. Und dann war sie happy. Braucht man das hier nicht? Das ist schon wieder so ein Blob mit einem Stern drauf. Hallo. Und diesmal habe ich ihn besiegt. Was ist das? Und was ist das? Und was ist das? Und was ist das? Okay. Hier sind alle zufrieden, dann gehen wir wieder. So. An irgendwem müssen wir es, äh, an George. Okay. Wo ist der? Ja. Macht mit in der Verlosung. Die nächste Kuh wird euren Namen tragen. Wenn ihr es möchtet. Einfach lila Milka eingeben. Mit Rufzeichen. So. Wo ist dieser George? Den jetzt finden hier. Ah. Ah. Alles klar. Hallo. 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 Hau. Da hast. Da hast du! Jetzt bin ich auch da wo die Gh照 sind. Na okay. Na, ich war schon lange nicht mal in der Mine. Sollte ich mal gehen. Okay, wieder mal. Welle, Freunde. Ja, das Pferd wird noch dauern, ne? Ich weiß nicht, wann das gibt. Das gibt. So. Ja, äh, kleine Laureen. Ich denke mir, hol mir die Heizung trotzdem mal. Bevor ich sie dann brauche und das Geld nicht dazu habe, hol ich's mir lieber jetzt, wenn ich Geld habe. Lieber zu früh, als zu spät. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wie schaut's mit meinem Links aus hier? Zeit, nass. Schu, die kann ich verkaufen. Das können wir ja auch oft tun. Das brauchen wir jetzt nicht. Das ist auch nicht. Die Heizte sind echt nervig. Echt? Dann, dann schauen wir mal, was brauchen wir für'sm Pferdestall? So, jetzt komme ich hier aber nicht mehr raus, ne? Hm, ziemlich doof. Das Pferd wird genauso verlost wie alles andere. Hier die Axt. Hier ist das Gate. So, gut. Es ist blöd, wenn ich hier nicht rauskomme. So viel. Puh. Klingt ziemlich teuer, Ejani. Aha. Boah. Zehntausend. Hardwood und Iron Bar. Ja, da kann ich aber noch lange sparen hier. Also, es wird noch ein bisschen dauern. Hallo, Desmu. Erstens möchte ich mal meine vier Kühe haben. Ah, gleich neben mir ist ein Blitz eingeschlagen. Was ist das hier? Ah. Geld, Geld. Geld. Nicht? Oh, Level 5, Mining. Ich dachte schon, dass die Geld geben. Nein, ich mach eh, ich mach eh beides. Von dem her. Was soll das? Stark genug. Was soll das? So, die letzte Ernte. Okay. Ich hab das falsche Werkzeug genommen. Ich hab das mal zusammen. Okay. Okay. Das. Okay. Okay. Ja, ähm, Clint Laureen und, äh, Seister, ich mach einfach beides. Von allen ein bisschen, aber nix richtig so, ja. Wird sperren. Wippee. Haben wir noch am Staten? Jo. Ah, weiß nicht. Ähm, ein Dungeon würd sich schon nach Haus gehen, oder? Urzeittechnisch. Wie gesagt, 17 Uhr muss ich weg, ne? Ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch auszahlt, oder wir auf, äh, am Abend warten. Ah, über die am Abend, oder? Wie spät ist denn jetzt, äh, 14, 17. Wie lang hast du Zeit? 17, ja, 16.30 so ungefähr. 3 Stunden. Ja, jo, könnte man schon noch machen. Start mal, Hans. Wenn ihr euch abiert, beide gleich auslockt, dann geht's sich so aus. Was? Ich weiß nicht, ob das Game schon jene Zeit an. Erst da muss ich noch eine Kuh kaufen. Pff, der machte der Herr Domics' Move. Ja. Gratuliere. An den oder die Gewinnerin. Aber die Kühe sind nicht so hübsch. Domics sieht hier bestimmt ein Kleid an. Ah, jetzt muss ich noch warten. So. Wie gesagt, ich mach beides. Von beiden ein bisschen. Platz ist ja genug. So. Ah, Tomata. Mahlzeit. Grrr. Und weiter. Ich hab irgendwie das Gefühl, das Gras wächst hier nicht. Kann das sein? Schweine. Ja, okay. Hat das Heu nicht gegessen oder was? Magst kein Heu. Ab wann bekommt man ein Schwein, Ijani? Da muss ich sicher meinen Dings upgraden, ne? Mein Hof oder den Stall. Was? Versperrt mir hier den Eingang. Soll das. Blödes Unkraut. Was dauert denn noch voll lang? Die Stufe 3. Die Stufe 3. Was dauert denn noch voll lang? So. So. Schauen wir mal. Den Namen. Das geht sich aber nicht aus. So. Sakura Fukami. Wie machen wir das jetzt am besten? Soll ich nur Sakura reinschreiben? Oder soll ich die letzten zwei Punktstaben weglassen? Wie möchtest du das haben? Sagen wir bitte Bescheid. Sagen bitte Bescheid. Sie haben gewählt. Drei gelbe Bananen. Banane. Ehhhhh. Dann machen wir alles so. Tee he he. So. Sobi. Jetzt haben wir das auch. Jetzt haben wir schon zwei. Kann das sein, dass ein Gewitter den Baum kaputt macht? Keine Ahnung. Habe ich noch nicht beobachtet. Aber möglich wär's. Meine zwei Bäume stehen noch, die ich brauche. So. Ja gut, also Fuma, wie schaut's bei dir aus? Bist du bereit? Ich lock dich schon mal um, ich komm gleich. Oder weißt du was, ich mach gleich, mach ich halt den Rest noch mal. Was? Wie? Jetzt ist der Fuma weg. Hä? Hast du gut gemacht. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist er wieder da. Ich glaub, du hast das falsche Fenster zugemacht. Hallo? Hallo nochmal. Welcher Quest wollt ihr denn jetzt machen? Den neuen oder was? Ja, natürlich. Äh, weiß ich nicht. Ja, natürlich. Den neuen. Keine Ahnung. Aber ist das so siegessicher? Käse und den neuen Springklau und den neuen Zaun. Ja, wir starten jetzt eine Runde an Epic. Ihr hoff, ihr seid noch dabei. Morgen werde ich wieder Stadio Valley spielen. Jetzt liefen. Schnell. Äh, Pferd gibt's ja aber noch keins. So, im Gegenteil. Was? 27. Okay. Wir switchen das Game. Ich werde kurz den Stream neu starten. Und einen anderen Namen reinschreiben.